was geht ab mit einem kurzen video zu später stunde noch weil dieses video müsst ihr unbedingt vor freitag vor 0 uhr anschauen am freitag um 22 fängt das neue event an mond neujahr erhöhte chancen auf glücksfreunde ist einer der boni dementsprechend müsst ihr darauf achten dass wenn freitag anfängt weil es gibt paar die machen direkt um 0 uhr 1 geschenke auf ich habe auch ein paar freunde bei dem mache ich immer direkt auf weil ich weiß bei denen öffne ich halt immer die öffnen nie also öffne ich immer da mache ich auch ab und zu dann direkt um 0 uhr wenn der neue tag anfängt die geschenke auf aber dadurch dass halt durch das event glücksfreunde erhöht sind also die chance auf glücksfreunde solltet ihr warten dass das event anfängt und dann macht ihr erst die interaktion des tages um möglicherweise glücksfreunde zu werden und dadurch dass das event angefangen hat habt ihr eine höhere chance glücksfreunde zu werden also leute wenn ihr zweiter anfängt macht keine geschenke auf bis das event angefangen hat ist auf jeden fall sehr wichtig und ich denke viele werden es vergessen deswegen denkt dran ihr seid gewarnt euch viel glück viel erfolgt bei dem event hoffentlich kriegen wir eine menge glücksfreunde und glückstäusche an sich sind auch erhöht also einfach viel train ich denke ich mache so eine session mal wo ich einfach auch mich mit ein paar leuten treffe so tauschrunde und dann tauschen einfach alle 100 mal also das maximum am tag und da zeige ich euch mal die ergebnisse davon die ausbeute sozusagen von den 100 mal tauschen wieder demnächst dann wenn das event angefangen hat auf jeden Fall das war's von mir leute euch viel spaß viel glück beim event immer liken, subscribe, kommentieren, checkt die videos ab, folgt mir auf instagram, facebook, twitter checkt den shop ab, vergesst nicht Pokemon Seas Business